Ja, hallo und willkommen zu der nächsten Folge Minecraft. Ja, zur Zeit ist ein bisschen weniger los auf meinem Kanal, also vom Upload her, weil... Warum habe ich zwei Türen hingemacht? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Habe ich da gerade was gesehen? War blau. Ja, ich finde es ein bisschen... Naja... Hallo, warum kann ich nicht rennen? Jetzt kann ich rennen. Ich bin immer noch die andere Dings gewöhnt von... Creative for Minecraft. Minecraft. Und ich habe mir ein bisschen die Stimme vom Neekrite, also vom Basti angewöhnt, kommt man gerade so. Aber, naja, wer ihn nicht kennt, also Leute von meiner Community, ihr könnt ruhig Neekrite, also bei Twitch.tv braucht ihr ganz einfach noch Neekrite eingeben. Ähm, ihr werdet da ihnen einen großen Gefallen geben, weil... Naja, das Source-Button für ihn funktioniert nicht und deswegen braucht er halt ein bisschen mehr Zuschauer. Und auch, um ein bisschen größer zu werden, so jetzt mal. Aber, naja, nur, das war jetzt bei uns gleich, jetzt bei mir. Ja, ähm, ich renne schon wieder rum und mache eigentlich gar nichts. Das ist echt komisch, aber, naja. Ähm, wieso ist da Lava? War ich da schon? Warum... Hä? War ich da? Hä? Also... Ähm... Warum ist da... Ach so, da ist was abgebrannt. Deswegen... Äh, jetzt komme ich drauf. Also, ähm... Hier ist Lava. Hier waren vorher bei der Generation Bäume. Also nicht bei der Generation, sondern wo es halt erschaffen wurde. Von meinem Budget aus. Hehe. Ähm... Und dann... Und da sind halt dann die Bäume gespawnt. Ähm... Und Lava war natürlich da und dadurch, dass Lava viel heiß ist als... Ja, wieso habe ich gesagt, viel heißer? Komisch. Ähm... Ja, und Lava und Holz brennt bei Minecraft. Normalerweise im echten Leben würde das einfach Puff machen und weg ist. Aber... Okay. Okay, okay, okay. So, heute ist mal kein Gast dabei, sondern einfach nur eine normale kleine Minecraft-Folge. So, jetzt komme ich nicht drauf. Ähm... Und ich müsste mal was essen. Ich müsste mal... Außerdem müsste ich mal irgendwo runtergraben. Habe ich schon eine Truhe gebaut? Habe ich schon eine Truhe? Ich habe schon eine Truhe gebaut. Gut. Und ich habe keine Axt gemacht. Äh, keine Axt, sag ich schon, sondern keine Spitzhacke gebaut. Was habe ich damals eigentlich gemacht? Nur Blödsinn im Moment, Dominik. Also... Ähm, dann habe ich jetzt genug Holz. Ich habe genug Holz. Dann... Naja, zwölf. Zwölf. Naja. Für eine... Hallo, für eine Spitzhacke reicht's. Und ich habe noch Stickes. Ich hätte schon gedacht, ich habe keine Stickes mehr, weil dann wäre die... Äh! Und... Ich könnte mal Musik reinmachen. Fällt mir gerade auf, als so wie in der Zeit. So, gar nichts los hier. Musik. Weil gerade eben war saufel Musik, aber jetzt ist gar nichts. Ne, doch nicht. Ich hätte gedacht, halt, habe ich schon. Ähm, tue ich das gleich wieder rein. Oder ich mache mal noch... Noch eine Axtschafel habe ich ja schon. Ich bin doof. So. Und... So, so, so. So. Ähm. Und... Naja. Warum sage ich jetzt naja? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Nicht. Hm. Und ich wollte eigentlich das hier machen. Grabe ich mal runter. Blub. Und meine Spitzhacke kommt zum Einsatz. Juhu. Und ich hoffe es, wir treffen auch auf Kohle. Oh, oh. Sieht schlecht aus. Oh, oh. Sieht echt schlecht aus. Mist. Jetzt habe ich aber sonst... Jetzt nehmen wir Erde her. Hm. Das reicht schon. Okay. Also hier haben wir mal kein... Kein Kohle. Ob ich weiß, wo ich Kohle gesehen habe. Ich muss nur da hin. Schwimmen. Schwimm, schwimm, schwimm. Ich könnte mal... Ich kann mir nur keinen Ofen machen. Ja, ich bin tot. Ich bin so doof. Ich bin tot. Da habe ich nämlich ein bisschen Kohle gesehen. Bisschen Kohle. Yes. Juhu. Yay. Juhu. Juhu. Okay. Hören wir mal damit auf. Ähm. Und meine Güte. Und weil der Herr Dennis... Jetzt kann ich ihn auch mal sagen. Dennis H. Punkt. Ähm. Er hat ja gesagt, dass ich ihn nennen soll. Das habe ich schon gemacht. Aber er sagt, nein. Er hat es nicht gehört. Aber jetzt hast du es gehört. Okay. Mäh, nee. Und apropos, ähm. Wann wirst du nochmal? Komm mal, weil... Wegen und so. Alter, das gehe ich ja so. So. Dann nehmen wir noch das Kohle bisschen damit. So, Kohle. Oder weißt du was? Ich könnte ja mal was machen. Das Minecraft. Also heute, die heutige Folge. Kommt natürlich heute auch online. Ähm. Die heutige Folge wird wie... Wie in alten Zeiten. Zehn Minuten lang. Ja. In zehn Minuten lang. Und da ist er nur Kohle. Ähm. Wird die Folge zehn Minuten lang. Aber dafür kommt noch eine Folge. Black Ops 3. Ja, ich habe halt einfach halt so eine Lust. Black Ops 3. Der schwarze Opa. Ähm. Scheiße, was meinst du? Jetzt nehmen wir erstmal das mit. Weil ich trau nicht. Vielleicht ist der drunter auch noch Lager. Nein, ist nicht gut. Wie komme ich jetzt auch wieder auf? So. Und schon habe ich hier auch meine Kohle. Meine Kohle. Ey, meine Kohle. Ey. Ey, da ist eine Hülle. Das ist nur ein Pfiff. Das ist nur ein Pfiff. Das ist nur ein Pfiff. Da hat er Gott eingeschissen. Wenn er Gott scheißen mau. Dann macht er da auch einen. Und ich will nicht wissen, was da rauskommt. Ich will nicht wissen, was da rauskommt. Also. Ähm. Ich könnte auch noch einen Witz erzählen. Aber es ist eigentlich gar kein Witz. Eigentlich kennt den Kind eh jeder. Aber ich sage es nicht einmal. Wenn Gott pisst, dann regnet es. Hahaha. So lustig. Hahaha. Hahaha. Warum habe ich ein Fichtenholz? Ein Fichtenholz. Jetzt habe ich vier. Zehn Fichtenholz. Zehn Fichtenholz. Was will ich aber erst mit Fichtenholz alles angestellt haben? Nichts. Danke. Eins. Puff. So, dann. Warum? Warum habe ich da zwei Türen? Ach, ich weiß warum. Weil. In echt ist es eigentlich so, dass ich mich einmal verklickt habe. Und seitdem steht die da. Und eigentlich ist es ja ganz gut, dass die da steht. Weil. Ähm. Wenn Zombies die Tür aufbrechen wollen. Und ich habe fast gar keine Zeit. Und die brechen gerade schon die Tür auf. Kann. Hoffentlich komme ich drauf. Ja, komme ich drauf. Ähm. Kann die andere Tür dann noch mich schützen? Wenn die andere. Also wenn die erste Tür kaputt ist. Also die. Dann kommt noch die zweite Tür. Habe ich eigentlich schon wieder eingestellt. Auf normal. Okay. Puff. Ich könnte ja eigentlich da. Den. Das Schloss. Bist du sicher? Ich bin sicher. Ja. Okay. Jetzt ist für immer der Schwierigkeitsgrad. Auf normal. Jeder ist normal. Ich bin normal. Du auch. Die 32 Holz. Fichtenholz. Hey. Wollte ich gar nicht. Die 32 Fichtenholz. Dürfen reichen. So. Oh. So bist du da. Sieht zwar ein bisschen logisch aus. Aber okay. Kann ich mich eigentlich da einspüren? Ja. Ich kann mich da einspüren. Hui. Ähm. Nein. Ich weiß nicht welche Tür das ich gehen soll. Hui. Und ich meine. Ich weiß jetzt echt nicht welche Tür das ich nehmen soll. Fuck. Noch mal. Einmal noch. Nee. Die Tür. Ist ja Außenwelt. Ja. Anderegänischer Zombies. Oder Creeper. Oder. Oh. Alter. Hä. Hä. Der Schatten. War so gerade. Man hat das erst geschafft wie so ein Zombie oder irgendwas. So irgendwie ein Viech. Nee. Aber Viecher sieht man da nicht. Gut. Ja. Was wirst du? Müsst du auch rein? Na geh rein. Na geh rein. Hase. Tschüss. Tschüss. So. Und ich habe immer noch kein Bett. Supi. Was mache ich da jetzt die ganze Nacht? Ich könnte theoretisch mal die Werkbank ein bisschen rausheben. Ups. Und könnte da ganz einfach Holz hinsetzen. Wenn ich Holz habe. Ja. Da habe ich Holz. So. Dann nehme ich die Werkbank. Und stehe die ganz einfach wieder da rauf. Und jetzt mal schnell gehen. Weil wenn ich jetzt hier. Das hier aufmache. Plupp. 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 Was? 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 Aha. So. Und schon haben wir die hier wieder aufgestellt. Dann kann man das röstige Klump zeichnen. Das röstige Klumpel. Und fertig. Und fertig. Fertig. Halt. Das ist an der 8. Warum zwei Türen? Ich weiß es nicht. Und ich brauche noch Sand. Da haben wir Sand. Da haben wir Sand. Nichts. Ist niemand. Ist niemand hier? Niemand. Niemand. Okay. Gut. Verdamm. Und ich habe noch keinen Ofen. Ach kann ich dabei schon mal. Wir sind so bei 11 Minuten. Oh mein Gott. Und ich habe irgendwie Luft. Luft. Ich habe Luft. Ich habe irgendwie Lust auf Minecraft. Ich will jetzt noch nicht aufhören zum Spielen. Nein Mutti. Ich will noch spielen. Ich höre jetzt noch nicht auf. Nein Mutti. Ja Mutti. Ich höre gleich auf. 10 Minuten später. Ich höre gleich auf. In einer Minute. 2 Stunden später. Ich höre gleich auf. 2 Tage später. Ich höre gleich auf. 1 Jahr später. Tod. Also er ist. Und dann. Naja. Das würde ich lieber nicht sagen. Was dann passiert. Wenn man ein. Wenn man mehrere Wochen nur hockt. Nur hockt. Das Geschäft. Ach das. Das würde ich gar nicht sagen. Dass er Wiemers Geschäft verrichtet. Nein. Aber auf jeden Fall nicht in die Hose. Wah. Was supi. Und ich habe immer noch keinen Ofen. Und ich habe immer noch kein Fleisch. Aber ich könnte mir. Was holen. Warte mal. Habe ich noch Erde? Ich habe. Habe ich keine Erde mehr? Doch ich habe Erde. Mache ich mal den Weg. Dann mal hier so. so ein bisschen da. Schöner. So. Ist da jemand? Nö. Wo haben wir denn mein Kaninchen? Kaninchen. Wo. Ups. Wo. Wo. Wischst du? Ah. Ah. Er darf mich nicht erwischen. Nein. Au. Oh. Hat es mir jetzt gerade gerissen. Ähm. Weil ich jetzt damit nicht gerechnet habe. Was ich auch nicht damit rechne. Wenn es jetzt. Brrr. Macht. Na okay. Nie. Achtung. Noch irgendwas. Kaninchen. Da bist du. Das war's. Ein kurzer Schrank. Was. Ich reiße. Scheiße. Ein Enderman. Das bedeutet. Wenn er uns jetzt gesehen hat. Sind wir tot. Bah. Ich glaube niemand hat's gerissen. Und ich bin fast tot. Fällt mir gerade ein. Ja. Sehen wir. Kaninchenfell. Kann. Kaninchenfell. Und ich bin gleich tot. Was mache ich? Ich mache nichts. Bis der Tag anbricht. Und damit sage ich. Tschüss. Ja. Ähm. Damit sage ich echt mal. Tschüss. Damit sage ich. Tschüss. Ähm. Ja. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder bei Minecraft. Minecraft. Und ja. Ich weiß nicht wann die nächste Folge Minecraft kommt. Und auf jeden Fall. Also sagen wir mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Heiklitzplay. Also dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.